ja leute was geht bei euch ab und willkommen zu einem video ich bin gerade nicht sehr motiviert daher weil ich gerade von der schule kommen und richtig kaputt bin und natürlich auch bisschen aggressiv weil es nicht abgefuckt hat dass ich jetzt gerade eben meine knie gegen die scheiß tischkante gehauen habe aber okay kein problem ich habe heute morgen eine verlosung veröffentlicht und ich dachte mir so wie traurig ist das trauriger geht es nicht geiles deutsch ja okay ihr wollt alle gewinnen die wollen alle dies und das aber leute gibt ich hab bitte die kommentare ich bin im falschen film ey was los ich schwöre was los wo ja sowieso keiner bei mir kommentiert hat und da sowieso null kommentare sind ja mein FLQ video heißt FLQ stellt fragen PS auch behinderte fragen ohne sinn wegen bisschen lachkig haha geil richtig geil bei 500 abonnenten da sowieso keiner bei mir kommentiert hat außer zwei leute es haben zwei leute auf mein FLQ kommentiert was ich echt traurig fand aber scheißegal niemand sagt soll ich kommentiert wenn ihr nicht kommentieren wollt deswegen ist eure sache los geht's ich bin hater und will die PSN karte weil ich sie will danke ja weißt was ich will ich will dass du nie wieder bei mir kommentiert und das ist das 10 euro PSN karte jetzt hab ich die von meinem kanal und dankeschön braucht ein abonnenten sein der like brauche ich auch nicht und dein kommentar brauche ich auch nicht also jetzt du sagst dass das essen lecker schmeckt da sagst du aber spaß beiseite also schmeckt ist doch nicht lecker mal so dir bei für extra LX Brass und wie auch immer du dich nennen magst auf YouTube damit habe ich gemeint ich habe noch während des Videos gegessen hier nochmal ein Clip schwöre diese Bölek schmeckt einfach geil ist einfach Fakt ok spaß beiseite das sollte heißen spaß beiseite in dem sinne von weil ich ja gegessen habe das essen hat lecker geschmeckt das stimmt das lecker geschmeckt Mölek schmeckt geil es ist einfach so Mölek schmeckt geil spaß beiseite meinte ich weil ich ja ein Video gegessen habe und die Leute das ich gerne sehen wenn meine Video ist die Leute gucken euch nicht eigentlich beim Essen zu die gucken eure Videos weil sie weil du mit deren redest du redest in der Kamera in der Kamera so falls du es immer noch nicht verstanden hast meine ich damit in den sinne von ich hoffe ein Video zu essen und rede halt weiter aber ja ok nur hat mich nicht dass du es nicht verstanden hast warum solltest du das auch verstehen du bist da schießt ich ein Hater gutes Video Bruder Hashtag Verlosung ich will es haben Bruder Master Cave habe ich dich noch nie gesehen auf meinem Kanal noch nie den hinter nach dem scheißen abwischen du musst Klopapier du musst nehmen Luke nicht das Handtuch sonst ein Dreckschwein du bist äh schreibt Hashtag Verlosung Digga ich hab gesagt Hashtag sind dein Army und nicht Hashtag Verlosung an die Leute die kommentiert haben und ähm mitmachen wollten auch bei der Verlosung ich will jetzt diese Leute nicht beleidigen die ich gerade jetzt neu auf meinem Kanal gesehen habe die halt so kommentiert haben wegen dem Gewinnspiel das soll einfach nur eine kleine äh Reaction sein auf eure Kommentare also bitte fühlt euch nicht von mir beleidigt ich beleidige euch nicht Bruder ich will die PSN Karte Hashtag sind dein Army Ok Grüße gehen raus an dich Dennis geht auf jeden Fall auf seinen Kanal und checkt ihn mal ab abonniert ihn Halt ich ganze Szenen abmachen Sinan Army ich eile PSN Karte weil ich den Season Pass will von BO4 Ja Can Demir du verfolgst mich schon sehr lange auf YouTube Ehrenmann Größe gehen natürlich an dich raus das Kommentar hab ich mit reingepackt weil ich mir so dachte mach einfach scheiß drauf aber ja ich mag es nicht Bruder Du bist ganz cool ich habe den Titel gelesen habe direkt geklickt aber habe bemerkt dass mein PS kaputt ist das tut vom Herzen weh Miese Zeiten ey miese Zeiten zu viel FIFA gespielt oder was zu viel Foto gespielt Scheiße wie kann man das machen vorbei Miese Zeiten ja mein Beileid Final Army PSN Karte zu Weihnachten wäre schon lecker Weißt was noch lecker wäre 1000 Abonnenten zu Weihnachten Dankeschön und mindestens 1000 Klicks auf jeweils ein Video Dankeschön und mindestens 50 Likes auf alle Videos Dankeschön das war echt nett von euch am besten zu Weihnachten und ja man ich bin so Ich bin super geil ich bin richtig like geil ich bin klick und like und abo geil ja man so richtig Ja Ihr versteht was ich meine Final Army hole du weißt Bescheid ja Bruder ich weiß Bescheid gibt euch hadi Wir sind dannami gutes Video wie jedes Video von dir oder dankeschön Grüße gehen an sich raus Nico sein kommentar gefällt mir richtig schwöre sein kommentar ist wirklich danke für dein positives kommentar An die Leute, die neu auf meinem Kanal gefunden haben, gebt euch einfach mal meine Videos und Twitter. Guckt sie euch einfach mal an. Macht sie einfach. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Macht sie einfach mal. Einfach mal hier so ein bisschen scrollen und ein bisschen cookie cookie machen und clicky clicky und likey likey und abo abo. Ihr wisst, was ich meine. Guckt euch mal gerne meine Videos an. Im positiven Sinne auch meine Videos auf euch einwirken. Vielleicht gefallen sie euch, wäre echt nett. Eine Minute 17, Sinan Army. Gebt euch. Ja, jetzt fragen sich die Hater. Hey, du kaufst deine Abonnenten mit Geld. Bitte, verpiss dich von meinem Kanal. Fertig. Okay. Sinan Army, seit einem Tag. Ertan Umerto. Ein ganz fetten Gruß geht an dich raus. Allein nur deswegen, weil du einfach schon so lange dabei bist. Ich schwöre, du bist schon so lange dabei. Und ohne Witz, das ist richtig irgendeine Aktion. Irren Mann bist du, geht nicht mehr. Ich schwöre es dir. Allein dafür schon, dass du schon so lange dabei bist und mich schon so lange verfolgst. Deswegen, Bödeck, Beste. Ja, Bruder, ist einfach so. Ich schwöre. Gebt euch den Clip. Ich schwöre, diese Bödecke schmeckt einfach geil. Let's go. Give me the card, please. Wäre echt nett, wenn du mir die Karte gibst. Nee, weißt du, ich hab's nicht übersetzt. Nein, er steht zufällig hier. Hör damit, Bratan. Hahaha. Deutschland News. Grüße gehen raus. Weißt Bescheid. Klick in der Videobeschreibung. Like an der Seite. Weiter geht's. Bin ich cool? Ja, Mann. Du bist richtig cool. Ich schwöre, du bist cool. Du bist cool. Weiter geht's. CR7 oder Messi? Oder Rekan. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht grad, was du meinst. Bestimmt irgendwas zum Fußball, aber ich hab wirklich keine Ahnung, was du grad meinst. Dieses Kommentar hat mich richtig beeindruckt. War richtig. Größe ging deswegen raus an Grizzly Killer. Danke für dieses Hammer-Kommentar. Du bist der beste YouTuber. Scheiß mal auf die Karte. Ich mag deine Videos. Wenn ich deine Videos gucke, dann erinnerst du mich immer an Mert. Im positiven Sinne, nicht im negativen, Leute. Also an die Hater jetzt. Nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Mach bitte weiter. So, ich würde mich auch freuen, wenn ich gewinnen würde. Wenn nicht, dann egal. Ich bleibe trotzdem dein Abo. Fehlen die Worte. Du bist einfach Ehre, Mann. Ich schwöre auf alles, du bist Ehre, Mann. Solche Kommentare sind einfach Ehre. Ich schwöre, solche Kommentare sind Ehre. Ehre pur, ohne Scheiß. Danke dir auf jeden Fall. Okay, Leute. Checkt auf jeden Fall nochmal meine Instagram-Seite ab. Am Ende des Videos wird noch ein kleiner Clip vorkommen. Von meinem Brannero Official. Link in der Videobeschreibung. Und ja, jetzt kommt ein Musikvideo am Ende des Videos. Und mein Outro. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ach ja, Leute. Hätte ich fast vergessen nochmal zu sagen. Ich wollte mich nochmal bedanken für die 600 Abonnenten. Danke an die Leute, die mich bis jetzt immer noch verfolgt haben. Also bis zu den 600 Abonnenten. Die 1000 Abonnenten nähern sich immer und immer mehr. Wir sind uns bei den nächsten Videos. Outro. 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 Ho, ho, ho.